Waren Sie schon einmal von einer verwirrenden Webseite oder App frustriert und wollten jemandem sagen, was getan werden könnte, um sie zu verbessern? Wenn Sie das mit Ja beantwortet haben, können Sie liebend gerne in unserer nächsten User Experience Studie teilnehmen. Die Teilnahme an einer User Experience Studie ist eine einfache, unterhaltsame und flexible Möglichkeit, die Benutzerfreundlichkeit von Websites und Apps zu verbessern, die Welt benutzerfreundlicher zu machen und möglicherweise sogar eine Prämie zu verdienen. Es ist ganz einfach. Während einer User Experience Studie werden Sie zu einer Webseite oder App einige Fragen beantworten und einige einfache Aufgaben als Interaktion durchführen. Sie zeigen uns, wo Dinge verwirrend, schlecht gestaltet oder schlecht erklärt sind. Die Studien dauern im Durchschnitt 20 Minuten und es gibt kein richtig oder falsch. Jedes Feedback ist ein gutes Feedback. Während des Tests wird Ihr Bildschirmgeschehen aufgenommen und Sie müssen Ihre Gedankengänge laut aussprechen. Bei einigen Übungen werden wir Sie auch bitten, Ihre Webcam zu teilen. Die Aufzeichnungen und Antworten werden nur zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der getesteten Websites und Apps verwendet. Sie werden nicht veröffentlicht. Dank Ihres Feedbacks helfen Sie Unternehmen, große Probleme wie ein schlechtes Webdesign, verwirrende Texte oder eine schlechte Darbietung von Informationen zu vermeiden. Ihr Beitrag hilft, die Welt benutzerfreundlicher zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.